Hallo Hollys und Juten, Tag liebe Zuschauer. Wir fahren hier auf der Strecke ProTrain 3, eine Aufgabe von German Railroads. Die Aufgabe heißt DR-Einsatz in München und das hat auch seinen Grund, denn wir fahren hier mit der BR 243 und dem typischen Ost-Doppelstockwagen. Wir fahren hier den S-Bahn-Verkehr von Nannhofen nach München Hauptbahnhof. Viel Spaß beim Zuschauen. Wir fahren hier mit dem S-Bahn-Verkehr. Wir fahren hier mit dem S-Bahn-Verkehr. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020